Ja, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir haben schon ein paar Wochen von ihm berichtet. Zu Anfang der Krise war ein Projekt, das in den Kinderschuhen gesteckt ist. Er wollte da seine Schüler online unterrichten. Er ist Lehrer. Er ist Lehrer, ganz genau. Lehrer Läusl, Mathematiklehrer. Martin Groß heißt er eigentlich. Und mittlerweile unterrichtet er da fast die ganze Nation, hat 3000 Follower auf YouTube und unterhält seine Schüler und Kinder in ganz Österreich mit lustigen Lernvideos, wie mit diesem neuen Musiklernvideo hier. Singen kann man, Mathematik, Rechnen, alles dabei. Unterrichtet sogar mittlerweile seine Kinder aus Deutschland, die sich da melden. Oder zum Beispiel auch die Tochter von Michael der Dorfmeister. Also auf die Ideen kommt kein normaler und ich glaube, das passt genau zu dir. Du magst es perfekt. Ich bin Lehrer. Eine neue Sportmittelschule in Wien, im zweiten Bezirk. Das ist wirklich großartig, finde ich. Ja, echt. Ja, ja, ja. Und das ist Unterhaltung. Das ist einfach nur Lernen und Unterhalten, herrlich. Leider nicht unterhalten, das ist noch das Letzte.